Wir sind auch noch am Leben in diesem Ski-Video, wenn es die Betreiche schneit, ich hoffe mal. Wir sind mit dem Ski am Weg, wir kennen nichts anderes Ski oder Radl fahren mehr, auf der Welt kennen wir nicht. Mit dem Verderben ist ja gut, mit dem Leben, mit dem sterben wir. Wir würden gerne noch was anderes kennen, können wir aber alles nicht. Ich weiß gar nicht, wo sind alles gekommen. Das ist Wahnsinn, ich kann sicher voll viel, aber ich lasse sie nicht, wenn wir dann nur Ski fahren. Ich werde sie schon lassen und Radl fahren. Aber ich lief halt das. Das ist mein Wurst da. Ich möchte zusammen die Leute informieren, was wir kennen und was nicht. Wenn sie denken, die spielen komplett, klicken auf ein nächstes Video. Wir sind im Ski-Gebiet Kirchberg, Hitzbühle, meiner Heimat, in meinem ehemaligen. Es ist wenig offen, es ist dafür viel Wind und wenig Sonne aber auch wieder. Irgendwie parallel gibt es überall. Ja. Wir steigen jetzt auf zu unserem Lieblingslift. Der hat dieses Jahr Closed Forever scheinbar. Aber wir haben uns einen guten Powderrun rausgehauen. Wir werden den jetzt da machen und damit die Fälle wieder zurück aufsteigen und wiederholungsfestellen. Ja, genau. Los gehts, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 3.0 Schauen wir jetzt noch ein bisschen wo wir eine Spur haben Da nutzen wir die Flächen aus, oder? 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 So, wir haben Pause. Und wir können jetzt mal proben, wir wissen gar nicht, wie das ist mit dem Lift, von der jetzt so ein Jahr oder so in Corona, echt krass, aber ist ganz nett, da haben wir ein bisschen Wurst mit, Brot mit, Kaiser, Jäger, Kaiserwurzeln, oder Kaiserwurzeln, ja, und dann haben wir noch einige Höhenmärkte zum Vernichten, yeah, halt selbst. So, ich und die Viktoria fahre ich jetzt ab. Ja, nachher rausnehmen. Jetzt sind wir schwer. Doch, ja, oder? Das war die tiefene Steustation. Das ist aber die mittlere Steustation. Ich habe es geschafft. Dann kommt die Tür mal sicher. Oder wenn er sagt, oh, fisch! Sicher, recht. So, jetzt bist du da gegangen, ja? Geil. Los war's? Ja. ют